Unsere Umgebung ist unser Spielfeld. Wir füllen sie aus, bewegen uns, bewegen andere, bewegen sie. Sie gibt uns den Freiraum uns zu entfalten, sie nach unseren Vorstellungen zu gestalten. Sie passt sich an uns an, wie wir uns an sie. Die Hydraulikbagger der Liebherr Kompaktbaureihe sind ihr idealer Partner auf Baustellen mit beschränkter Bewegungsfreiheit. Sie nutzen innovative Techniken für ein produktives und intuitives Arbeiten. Es sind Bagger, mit denen sie sich auf den Weg machen können und die sie voranbringen. Maschinen, die mit der Flexibilität und vielseitigen Dynamik ausgestattet sind, die auch von ihnen täglich verlangt wird. Maschinen, die ihre individuellen Vorgehens- und Arbeitsweisen unterstützen und auch deren kleinste Details nicht vernachlässigen. Die Liebherr Kompaktbagger überwinden die Extreme am Bau. Sie verbinden Kraft und Feingefühl. Sie verschaffen ihnen den Überblick, den sie gerade in beengter Umgebung so dringend behalten müssen und machen ihnen das harte Leben am Bau angenehmer. Sie vereinfachen die Abläufe und verleihen Sicherheit durch verlässliche Technik. Denn im Team unterstützt jeder den anderen. Die Kompaktbagger bringen sie zuverlässig und schnell dorthin, wo sie beide gebraucht werden und positionieren sich standhaft, wo auch immer ihr Einsatz benötigt wird. Problemlose Wartung und ein geringer Verbrauch bei unbändiger Leistungsfähigkeit sind dabei ihr Schlüssel zu effizienter Zusammenarbeit in einer Umgebung, die ihnen und ihrer Maschine alles abverlangt. Unsere Umgebung ist das, was wir aus ihr machen. Sie treibt uns an, unsere Entwicklung voranzutreiben, indem sie uns ihre Möglichkeiten aufzeigt. Unsere Möglichkeiten, die es geht zu erkennen und zu nutzen und uns selbst zu definieren. Wir sind unsere Umgebung.